Frenkel Frotzelt Heute Let's Play Gamers Go Makers, der Spieleentwickler-Simulator Tag in der ASB und herzlich willkommen zurück zu meinem Mini-Let's Play Gamers Go Makers Ein Spiel, bei dem man Spieleentwickler ist und Spiele entwickelt und ich bin gerade dabei Ich möchte mein erstes Projekt starten und muss jetzt erstmal auswählen, auf welcher Plattform ich das machen möchte Und das sind die, die ich zur Auswahl habe Und das habe ich schon in der Folge zuvor gesagt Also Commodore 64 wäre geil gewesen, dann hätte ich Commodore 64 genommen Aber das ist der VC20 Da nehme ich dann das Atapi, das dem Atari 2600 entspricht Wo muss ich denn hinklicken? Ach hier, ja Warte mal, Moment mal Das kostet Lizenzkosten 50.000 Ich habe 150.000 zur Verfügung Das kostet nichts Ach so, die kosten keine Lizenzkosten Ja egal, komm Der Marktanteil vom Atari war zu der Zeit ja auch am besten Komm, wir nehmen das trotzdem Ich habe ja Geld So Ich möchte jetzt also ein Action-Ballerspiel entwickeln Das steht hier jetzt für Atari 2600 Und ich muss es benennen irgendwie Ja, gut Dann nennen wir es doch einfach mal Was ist das denn? Ein Zauberstab Ach, das ist das Magic Wand Was der am Anfang erwähnt wurde Ah, okay Da kann man sich Spiele-Titel vorschlagen lassen Ich verstehe Ja, ich möchte es aber selber benennen Und zwar wird das Spiel heißen Habe ich gerade beschlossen Moment, wartet mal Da links oben steht ja noch Dass es gerade einen Tread für Wild-West-Spiele gibt Wir machen ein Wild-West-Spiel Und weil es den Film damals noch nicht gab Glaub ich einfach den Titel Wild Wild West So Ah ja, ist auch ein Lied, ne? Okay So, jetzt kann ich Features dazu fügen Und die Optionen sind aber noch sehr limitiert Werden wachsen Und ja, zusätzliche Features verbessern das Spiel Erhöhen aber die Entwicklungszeit Ja, das ist logisch So Audio Sound Ich kann gar nichts ändern hier Basic Sound Mehr kann ich gar nicht Video Text-Based Was soll das denn heißen? Ich mache ein Ballerspiel Nur mit Text oder was Aber man kann ja mit so Zeichensätzen Zeichensatzgrafik konnte man damals ja auch Grafik machen Naja, ich habe keine Auswahl hier Ich kann gar nichts auswählen Ich muss das jetzt so annehmen So So, jetzt muss ich die Bereiche auswählen Ja, wo ich meinen Schwerpunkt drauflegen möchte Und da erhöhen und senken Indem ich auf Icons klicke Und Genau Durchschnittlich Ich kann also wählen zwischen durchschnittlich Niedrig Höher Und sehr hoch Den Schwerpunkt Entsprechend Ein Rechtsklick Kriege ich ein paar Informationen Über diesen Bereich Und ja Jedes Genre hat unterschiedliche Voraussetzungen Zum Beispiel Action Fans Sollten nicht so eine detaillierte Story erwarten Aber Eye Candy Also quasi geile Grafik Und Auf der anderen Seite Ausgefallte Charaktere Und ja groß ausgearbeitete Storys Sind ein Schlüssel für gute Adventure Spiele Okay, ja Adventure mache ich ja keins Also Machen wir mal unser Action Spiel hier Und die wollen Eye Candy Hat es geheißen Das heißt Grafik wollen die Die wollen Grafik Dann pushen wir alles mal bei der Grafik Weil ich beim Wo bin ich denn noch gut gewesen Ich habe am Anfang bei meinem Charakter ja Drei Sachen erhöht Und zwar das Gameplay Das können wir nochmal pushen Und Content Design war auch gut Und Level Design war auch gut Oh, da sind die Punkte schon aufgebraucht Könnte ich da was weg machen Ha Okay Da kann man Die kann man wegnehmen Kann man noch mehr wegnehmen Ne Eins muss stehen bleiben Alles klar Ja Content Design Da war ja mein Charakter auch sehr gut Deswegen Push ich das auch nochmal Und Ja Game Writing ist ja Story Das interessiert mich jetzt weniger Jetzt habe ich noch zwei Punkte übrig Sound Ist nicht ganz unwichtig Für ein Action Spiel Damals war es aber noch nicht so wichtig Ich habe eh nur Basic Sound Ich glaube dann Tja Mache ich jetzt hier noch bei Sound ein rein Oder eher bei Game Engine Ich glaube ich haue alles hier In die Game Engine rein Komm So 84 Tage Entwicklungszeit Okay Jetzt hat die Entwicklung begonnen Ach scheiße Ich hätte ja mir nähere Informationen zeigen lassen können Mit Rechtsklick Naja zu spät Ähm Okay und dann gibt es auch noch einen Zeitraffer Ich verstehe So Die Zeit ist ja gerade noch angehalten Und jetzt läuft sie weiter Wild Wild West Design Ach jetzt plötzlich kommen sie ja mit Strategie spielen Äh ja es geht weiter im Tutorial Ähm Ich kann jetzt also ein Thema auswählen für die Story Und Geld ausgeben Das machen dann freie Mitarbeiter Die automatisch angeheuert werden Die dann eine Story reinbasteln Und wenn ich jetzt den Trend treffe Dann verkauft sich das besser Aber das scheint ja schon vorbei zu sein, oder? Ne, das läuft noch weiter, oder? Ähm Übersetzen kann ich es offensichtlich noch Genau Für einen weltweiten Release Und ähm Da steht Ich kann es jetzt momentan auch nur auf einem sehr Ähm Ja niedrigen Level Gerade verändern Wenn ich mehr Gewalt haben möchte Explicit Language Also Fluchereien Und Sex Kann ich die ähm Schieberegler verschieben Okay Nach links wird es weniger Nach rechts mehr Ist klar Und ähm Im Kopf behalten soll ich ähm Dass es ja darauf ankommt Welches Genre ich betreibe hier quasi Okay Alles klar Wenn ich was falsch mache Dann gibt es eben weniger Verkäufe Okidoki Ähm ja Wo bringen wir das jetzt mal raus? Translation kostet null 14.000 Storybudget Hä? Also ok Ja Da haben wir es doch schon Wilder Westen Was kann ich da jetzt? Wie viel kann ich da jetzt ausgeben? Ok Mehr kann ich gar nicht ausgeben 30.000 Naja Ich möchte den Trend ja treffen Ne? Und wenn ich das jetzt hier Ok hier kann ich auch noch Kostet das auch Geld? Ne das kostet kein Geld Ja wir brauchen natürlich viel Gewalt Ist doch logisch Und ähm Fluchen sollen sie auch ganz dolle So und äh Sex ist immer gut Aber nicht so viel glaube ich ne? Beim Actionspiel Kann ich da irgendwas rechts klicken? Ne Jetzt wird mir wieder nichts erklärt Jetzt wo ich gern was wissen würde Ok Übersetzlich sind alle Weltweiter Verkauf 14 Ja komm Komm wir investieren da mal richtig Wir wollen bekannt werden Ja so ähm Ja vielleicht ein bisschen mehr Sex noch Oder ein bisschen weniger Ne komm wir lassen einfach mal mit So Äh ja Jetzt hab ich nur noch 55.000 Jetzt wird programmiert Wenn ich hier rechts klicke Also guck an Wenn ich rechts geklickt hab Jetzt geht die Zeit noch schneller vorbei Aber es gibt nur eine Stufe offensichtlich Ja Wie der macht der macht Habt ihr gesehen Der macht Wochenende Geht's noch du faule Drecksau Du hast durchzuarbeiten Du blöder Penner Da klimpert das Geld hier ey Das geht jetzt gerade ja raus Ach da oben Jetzt sehe ich erst Dass das hier Okay So weit ist es schon 64% Jetzt kann ich äh Mono Sound erforschen Alles klar Äh ja Wie wärs denn damit äh Das Tint Tüft 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 Case Was ist jetzt damit gemeint Ach so Eine Packung Ah Ah ok Das sind jetzt Zufallsprädigte Ah das ist ja geil Das ist ja voller 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 Cowboy Aber das außenrum Schaut ja furchtbar aus Was ist hier Ja ok Das ist so der Hintergrund Wollen wir ein bisschen Erstmal ausprobieren Ach so ok Da gibt's dann noch andere Motive Ey das ist ja cool Was ist das hier Das ist die Schrift Vom Titel Das kommt dann Auf den Hintergrund an Wir machen Wir machen also Was wie eine Red Dead Redemption Auf dem Atari 2600 Also quasi eine GTA im Wilden Westen Und der Der Typ da Dieser Cowboy war bislang Schon der Beste Bislang Da können wir World of Warcraft machen Auch schön Oder hier Die Happy Tree Friends Das hier ist dann Call of Duty Rise Oh ein Pferdespiel Für Mädchen Auch schön Das ist der Beste Oder den nehme ich Jetzt einfach Was kann ich denn Jetzt hier an Hintergründen Das ist jetzt auch Nicht so prickelt Da oben ist noch nichts Freigeschaltet Entweder das oder das Ich finde das hier Sieht ein bisschen Aggressiver aus So Den Hintergrund Den könnten wir eigentlich Ich mache lieber den Hintergrund Rot So Blutrot Jetzt müsste man Farbenpsychologie Im Kopf haben Dann könnte ich jetzt wissen Was ich für Farbe nehmen soll Damit die Leute das kaufen Aber Rot ist schon ganz schön Äh Falsch Was war das denn jetzt Ach Andere Muster Gibt es auch noch Fick doch die Waldfee Ey Ganz schön viel Auswahl Ähm Äh Nein Das bleibt auf jeden Fall Der Cowboy Man Was ist das denn jetzt hier Ich wollte So eine ganz schwarze Düstere Packung Vielleicht mit Blutroter Schrift Das passt so schön Ein bisschen hier Zu dem Umhang Ach schwarz Ne Das sieht aus wie ein Sarg Das Ne 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 Freunde Wir müssen das freundlicher gestalten Auch wenn es ein Wildwest Spiel ist Ich hätte es gerne in Schreiendem Quietschgeld Oh ja Komm wir machen es einfach weiß Weiß ist schön Und vielleicht können wir jetzt hier dann Dieses Rot vom Mantel Hier noch mit reinbringen Dann habe ich es ja quasi Ja ne Das Oh Gott Da wirst du blind von hier Obwohl in den 80ern Ist das ja gar nicht mal schlecht Ganz schöne Auswahl Ganz schöne Auswahl hier Aber irgendwie Tja Komm wir machen das jetzt einfach so Das sieht ganz ordentlich aus So Preis 4 Dollar Kann ich das noch ändern Eigentlich Also hier kann ich es nicht ändern Ja ist ja noch nicht fertig Der Preis wird ja erst festgelegt Wenn es fertig ist Gehe ich mal von aus So 92% Dauert es nicht mehr lange hier Also das ist bislang sehr nett gemacht Das Spiel Muss ich sagen Okay Entwicklung ist beendet So Jetzt verbessern sich dann quasi Meine Fähigkeiten Und Dann kriege ich Bescheid Was sich verbessert hat Und ja Schauen wir doch mal Okidoki Jetzt kann ich wieder Eine Fähigkeit erhöhen Und dann erhöhe ich einfach nochmal Gameplay So Habe ich das jetzt erhöht oder wie Kann ich hier noch was verändern Ah ok Durch das Gameplay Das ich jetzt erhöht habe Habe ich von 310 auf 320 erhöht Weil die hier sind Nur 310 Oder wie Hä Verstehe ich nicht Die Logik hier Kann ja auch nichts anders einstellen Aber ich glaube ich habe es erhöht Das ist jetzt nur ein Überblick Ok So Und jetzt Kommt es auf den Markt Und Deswegen muss ich jetzt Die Marktsituation beobachten Und den Preis festlegen Ok Wild Wild West Ich könnte den Titel nochmal umbenennen Warum auch Es gibt keinen Trend für Action Shooter Maps Was soll denn das für ein Scheiß Ah Da ist ein starker Trend für Wild West Spiele Ich habe es doch noch geschafft Also anscheinend hält das länger an Weil das ist ja 6.5. Das ist noch nicht abgeflaut Sehr gut Ich habe einen Marktanteil von 37% Der durchschnittliche Preis Der durchschnittliche Preis Sind 20 Dollar Das ist schon Schauen wir doch mal Mein erste Test Bewertet Ja Vielleicht hättest du mehr Aufmerksamkeit in den Sound legen sollen Ich konnte auch nicht mehr Ihr seid so scheiße Ich habe doch nur diesen blöden Kack Basic Sound gehabt So Erstes Review 75% Na gut Der Test an sich Muss ja nicht unbedingt was Negatives aussagen Weil es kann sich ja trotzdem gut verkaufen Und das wird von 1 bis 10 bewertet Und da oben ist wahrscheinlich die Gesamtwertung Wie sich das so gehört Sound 4 von 10 Du blöder Pisser Hugo Leinhardt Komm du mir mal in die Finger Ey Ich reiß dir die Eier raus Und den Schniedel gleich noch mit Das sage ich dir Ah ne geht gar nicht mehr Wir sind am Ende dieser Episode Okay Wenn es euch Spaß gemacht hat Lasst mir ein Like da Schreibt mir in die Kommentare Ob ihr noch mehr sehen wollt Von dem Let's Play Ich bedanke mich erstmal Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Danke fürs Zuschauen Bye Bye